Musik 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 Meinst du, dass das fair ist? Ja, was du jetzt hier abziehst? Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Ihr da vorne, mal ein bisschen zusammenrutschen. Wie ich jetzt weitermache? Ich habe keine Ahnung, du hast mir gerade meine Freundin ausgespannt. Ja, ich bin so ziemlich so ein Draufgänger. Und was ist denn dein erster Eindruck? War schon zukünftige Schauspieler dabei? Es waren ein paar Leute, die schon ganz interessant sind, mit denen man sicherlich mehr arbeiten muss, um zu sehen. Aber es gibt schon ein paar Leute, die Potenzial haben, wo man sehen kann, dass man, da kann irgendwas daraus entstehen. Was ist ein Potenzial für dich? Potenzial. Wann hat jemand Potenzial? Ja, wenn jemand sich vor der Kamera bewegen kann und natürlich ist und auch irgendwie, dass es ihm gefällt, dass es ihm Spaß macht. Es gibt durchaus extrem schüchterne Menschen, die plötzlich vor der Kamera völlig befreit sind. Es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt Leute, die sehr gut kommunizieren, sehr gut sprechen und dann plötzlich vor der Kamera ganz anders sind, so wie ich zum Beispiel. Ja. Ja, ich finde mich jetzt nicht langweilig. Das ist nur, ich finde mich... Ja, klar. Gerne, gerne. Das muss ich mir jetzt echt nicht anhören. Ich kann dich nicht mehr angucken. Du bist für mich echt, du bist für mich gestorben. Machen Abgaben. Sonst verliere ich mich. Ich warte drei Jahre auf dich und kämpfe um dich. Und dann kannst du mir sowas antun. Es waren ja auch einige dabei, die schon Schauspielerfahrung haben, so in kleinen Rollen. Wäre das ein Muss oder kann man auch als Laie tatsächlich eine Hauptrolle bekommen? Alles ist möglich, grundsätzlich. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Leute, die schon eine gewisse Erfahrung haben, das kann manchmal auch ein Nachteil sein, weil sie ganz mechanisch sind. Und Leute, die völlig, also in Anführungszeichen, jungfräulich dazukommen, können viel entspannter sein. Also es gibt keine, man kann nicht sagen, es gibt eine Richtung. Es gibt alles, eigentlich alles ist alles möglich. Eine Erfahrung kann von Vorteil sein und kann auch wieder von Nachteil sein, weil in einem Alter von 17, 18 Jahren hat niemand eine abgeschlossene Ausbildung als Schauspieler. Und von daher, es gibt es eigentlich alle Möglichkeiten. Aber dass in der Regel da die Lust an Schauspielern sehr groß ist, also dass man da was macht, dass das Medium ja die Leute anzieht, kann man davon ausgehen, dass die meisten dann, wenn sie in dem Alter sind, eigentlich auch schnell irgendwo landen, weil es entgeht eigentlich niemanden, weil diese Leute sucht man ja immer. Und dann kann man halt nur hoffen, dass man der Erste ist, der jemanden trifft, der halt noch keine Erfahrung hat und der wirklich so eine Veranlagung hat. Also das ist halt eben der Punkt. Und jetzt die entscheidende Frage, wann soll denn der Film stattfinden? Also zu einem Film gehört halt immer auch Geld. Und wenn die Finanzierung steht, dann kann man drehen. Und da es hier verschiedene Geldgeber gibt, geben muss bei einem Kinofilm, die werden halt von verschiedenen Förderungen, Fernsehen, Verleihern, Vertrieben, finanziert. Und wenn die Finanzierung steht, dann kann man sagen, ja, jetzt kann man drehen. Und wir stehen halt dazu am ersten Drittel. Gut, dann liegen noch zwei Drittel vor uns. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.